habe ich die spiegel um ein zehntel korrigiert ja aber das ist schnitt präzision das ist der perfect cut hallo liebe rasenfreaks herzlichen willkommen zu einem neuen video vom rasenfreak andreas kraus ich will heute meinen toro greensmaster meinen profi grünsmäher will ich auf die saison vorbereiten ich will ja die spindel mal checken ich will die schnitthöhe noch mal kontrollieren ich habe das problem dass von der von den heckrollen der der wurmhaufen dieser klebrige wurmhaufen dreck nicht so richtig abgebürstet wird weil ich die spindeln mit so distanzplatten hoch gestellt habe jetzt will ich mal versuchen ob ich nicht diese bürsten noch ein bisschen ran kriege an die an die heckrollen ich wollte eigentlich ein bisschen höher mähen ich habe ja jetzt angefangen einmal schon auf 18 mm zu mähen und das wäre natürlich gut wenn ich mein greensmaster auch auf 18 einstellen könnte um ihn gleich zu nutzen ich würde ihn gerne jetzt ein bisschen öfters mal einsetzen weil ich das ding so cool finde ja aber gucken wie die spindeln aussehen das seht ihr heute könnt ihr mir zuschauen wie ich hier ein bisschen rumschraube viel spaß ja 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 Musik Musik Oh, diese Spinnen sind schon wieder angerostet. Das ist nicht wahr. Ich muss hier unbedingt diese Bürste dichter rankriegen. Wahrscheinlich geht das nicht mehr. Das ist alles durch die Distanzscheiben, die ich hier untergesetzt habe, um höher schneiden zu können. Das Problem ist, dass ich die Bürste nicht mehr richtig raufkriege. Jetzt muss ich den noch lösen, damit das ganze Ding dreht. So, gucken wir mal. Hier kann man noch ein bisschen versuchen, ihn hier noch ein bisschen im Gewinde runter zu bringen. Aber das wird alles nicht reichen. Ah, Mann, ey. Doch, das ist gut. Komm. Der muss ganz knapp über der Rolle laufen. Naja, zumindest ein bisschen besser als vorher. Ganz dran ist der nicht. Es ist die Frage, ob man nicht doch eine Scheibe wieder rausnimmt. Man sieht, ob die hier direkt auf der Bürste ist. Da sind neue Bürste. Los geht. Ja. Ja. Ja, komm. Ja, was rum. Ja, komm. Okay, noch ein bisschen dichter. Gut. Jetzt gucken wir mal zur Schnitthöhe. Ja. Ja, du schau. Ja. Ja, du schau. Jetzt mess' ich mal. 16. 16 Millimeter. Ja. Schauen wir mal, dass wir 16 Millimeter überhaupt 15 kriegen. Ich müsste hinten noch zwei Distanzdinger runter machen oder ich müsste hier vorne die verlängerten Aufnahmen kaufen. Aber frag mich nach dem Preis. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich hinten noch eine Scheibe drunter lege, dann kann ich die Würze da völlig vergessen. Es hat ein Greensmäher und es ist kein Fairbemäher. Und auf Fairbemäher Höhe mit dem Greensmäher zu mähen, ist im Grunde genommen eine bescheuerte Idee. So, ich habe jetzt die Spindel noch 15,5 einstellen können. Also Schnitthöhe 15,5 Millimeter ungefähr. Ja. Okay. Jetzt fahren wir mal runter. Tsch. Ich kann das keineße. Ich weiß nicht, ob mich nicht nur ein Thema Gitarre ist ja trotzdem. Ich inste� ja. Ich Actuallye. Und wie weiß man was. Ja. Das Wetter wird nicht besser, aber ich habe die neuen Böcke. Er sitzt ein bisschen besser drauf, er rollt immer noch nach hinten, also diese Mulden, die jetzt diese Auffahrrampen haben, die reichen auch nicht ganz aus für die großen Reifen. Ich wollte noch mal testen, was dann passiert, wenn ich jetzt rüberfahre, aber nicht schlimm. Jetzt seht ihr mal hier die Rampen im Vergleich, das ist die alte Rampe, der Standard. Und da rollt also immer der Wohnwagen zurück, da muss er mal einen Keil hintersetzen. . . . . . . . . Danke. so jetzt noch ein kleines back clipping noch also kann man jetzt einfach anmachen so Untertitelung. BR 2018 So, jetzt abspülen. 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 So, jetzt werde ich nochmal die Schnitthöhe kontrollieren. Mit meinem neuen Gadget. Sehr, sehr cooles Teil. Da habe ich geschenkt bekommen. Von dem Ruven, also Mojobs. Und von M&Ms Rasenwerk, von dem Matthias. zu meinen 50.000 Abonnenten. Yeah. Total nett von denen. Oh, die Sonne ballert. Was ist denn jetzt los? Oh, ist das schön. Ich glaube es ja nicht. Ja, also wir schauen doch mal auf die Schnitthöhe. Wie die jetzt eingestellt ist. Die habe ich ja jetzt mit der Leere eingestellt. So, und dann bin ich fertig. Yeah. Nicht den Keil vergessen. Den setze ich hinter das Hinterrad. Weil immer Sicherheit, ne. Und nicht nachmachen. Ja, das ist hier. Das ist hier die Leere. Hier kann man die jetzt anschalten. Und kann man auf Null setzen. Und hier oben, das wird jetzt scharf. Hier ist dieser Taster. Der wird auf die Schneidfläche vom Untermesser gehängt. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das ist auf Null. Dann muss ich mich jetzt hier auf den Boden wälzen. Und jetzt hier auf Front- und Heckrolle. So, da haben wir jetzt. Aha. 15,1. Kann man das eigentlich speichern? 15, normal. Und wegen 15,5. 15,17. Und hier haben wir. Da muss ich noch ein bisschen mit dem Holz die Spindel versetzen. Da haben wir 15,15. Wow, das ist aber genau. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Der Seite. Also doch nur 15. Mist, ey. So, hier haben wir ein bisschen mehr. 15,23. So, hier haben wir ein bisschen mehr. Die Lehre ist ein bisschen zu lang. Ich stoße an den Reifen hinten an. Also ich muss die Lehre hier um, naja, sagen wir mal so um 5, erstmal 5 Zentimeter kürzen. Das mache ich mal eben. Ich habe jetzt hier die Lehre gekürzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen brutal gewesen. Und ich muss die Entschuldigung hier von 100 Pro Green sagen. Die Lehre war eigentlich für den Swordman gedacht. Aber ich halte von so einer Lehre für die Swordmans oder für die Elite mehr nichts. Weil die ganze Aufhängung hier, die ganze Aufhängung der Front und der Heckrolle, die ist nicht stabil. Die ist nicht total fest. Die kann man immer so ein bisschen hoch und runter drücken. Und dann funktioniert aus meiner Sicht so ein System nicht wirklich gut. Weil man müsste sehr stark hoch drücken in die Frontrolle. Also das ganze Spiel raus drücken. Und dann versuchen zu messen. Das Ding ist aus meiner Sicht eher was für ein Profi-Gerät. Wo jetzt die Walzen hier, die Rollen richtig fest sind. Also alles ist spielfrei. Da funktioniert das super. Genau. So. Also jetzt versuchen wir es nochmal. Ist so kurz, ne? Nein, das ist perfekt, Andreas. Perfekt. 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 Sehr gut. Ja wunderbar. 15,29. So soll das sein. So. 15,3. 15,28. Sehr gut. 29,28. Also die Parallelität ist mit der Leere wirklich super. Jetzt müssen wir hier nochmal nach. Hier kam ich nämlich eben auch nicht richtig ran. Wegen des Reifens. Wenn wir schon Holz verwenden, habe ich das gelernt. Wieder zu Nullen im Greenkeeper Leergang. Ja, hier ist der, der hier. Hier ist der insgesamt. Hier ist ein Zehntel weniger. 15,1,2. Das ist nicht so lustig. Ich will auch gucken, dass nicht irgendwelcher Dreck hier auf der Frontrolle ist. 15,1,4. Aha, anderthalb Zehnte. Von links zu rechts. So, jetzt müssen wir nochmal hinten ran. Also da ist es jetzt wirklich schwierig. Für Messen. Aber wäre es wieder gut. Man könnte... Wie können wir die Messrolle drehen? Ja, keine Reise. Uah. Schrauber. Ne, da muss ich doch. Ne, da muss ich. Ne, das geht nicht. Das geht halt. Da muss ich rein. Also hier kann ich mich jetzt rüberlegen. Ich bin dran. So, jetzt mal 0. Huch. Überkopf. 15,19. Oh. Andere Seite. Ich will eine Hebebühne. 15,14. 15,19. Oh. 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 15,19. 15,14. Jetzt gehe ich nochmal hier ran. So. Wieder Nullen. Anliegen. Draufhängen. So. Ja, das ist hier ein Zehntel zu viel. Ein Zehntel. Ein Zehntel. So. Wie wärs? Das ist ein Zehntel. Ungefähr. Wir haben. Gut. 15,28. 15,28. 1,8. 1,7. 1,5. 1,5. Das war's. 15,15. Ha, ha. Was ist das? Das ist das? 15,15. 1,5. Ah, das ist auch ein Zehntel Blösen Oh, ne, so geht es nicht Sechse Blösen 15,25 23 22 19 16 15 Wow Festziehen Und schauen, ob sich da natürlich durch das Festziehen was verändert Kontrollieren nochmal So 15,14 Nicht aufliegen 15,13 Habe ich die Spingli um ein Zehntel korrigiert? Ja, aber das ist Schnittpräzision Das ist der Perfect Cut Genau, ein paar hundertstel Unterschied Das erzählen wir jetzt keinem Ja, also doch nur 15,15 Schnitthöhe Also höher komme ich nicht Oh Wollen wir jetzt? Wollen wir mal schneiden? Es hat gerade geschneit, Freaks Ich kann mal was einblenden Es hat gerade geschneit Und die Wurmhaufen sind riesig Also eigentlich müsste ich erstmal bürsten Und dann mähen Aber die Wurmhaufen sind noch ganz, ganz, ganz Furcht und ganz klebrig Also kriege ich sie nicht richtig schön weggebürstet In einem nächsten Video Dieses Video war jetzt das Schraubervideo Vorbereitung meines Greens Masters Und im nächsten Video kommt Oder in einem der nächsten Videos Kommt dann hoffentlich Mal ein schönes Mähvideo Ich hoffe ihr bleibt dabei Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss